Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Nerd Talk. Dieses Mal wieder mal alleine. Wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, diese Woche ist der Lars im Urlaub und ja, eigentlich wollte ich jetzt noch jemanden zur Seite haben und hat nicht so ganz geklappt, denn da habe ich spontane Aktionen losgetreten, aber auf diese Aktion kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe da sozusagen euren Podcast auch zu eurem Sprachrohr gemacht. Ja, trotz alledem wird es heute natürlich wieder eine ganz kurze Nerd Talk Sendung, deswegen steht sie auch unter dem Titel Nerd Talk Light. Aber trotz alledem soll ich, will ich, muss ich, fühle ich mich innerlich dazu verpflichtet, schon fast euch die Filmstarts der Woche nochmal näher zu bringen. Es sind eigentlich zwei ganz große, die erwähnenswert wären. Einerseits natürlich, endlich, endlich läuft da an, Zoomania. Oh, was habe ich mich im Kino immer stappgelacht über das kleine Häschen, was dort bei dem Faultier ankommt und eigentlich nur ein Kennzeichen ermittelt haben möchte, aber dann, ja, eben auf das Faultier trifft. Und dann gibt es auch noch den Fuchs, der einen Witz erzählt. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen, der gesamte Saal hat sich immer wieder weggeschmissen. Egal in welcher Vorstellung ich war, ob nun Kinder oder Erwachsene, es hat allen richtig Spaß gemacht. Und das Schöne an der Sache ist ja, wir haben ja schon einmal über diesen, über Zoomania gesprochen. Der Lars hat nämlich den Film bereits in der Pressevorführung gucken dürfen. Und da kann ich euch nur empfehlen, hört mal in die Sendung 426 rein, das ist die von vor zwei Wochen. Da hat Lars dann Zoomania auch vorgestellt in Kurzform. Er findet ihn richtig, richtig gut, richtig lustig, tolle Geschichte, tolle Charaktere, tolle Tiere. Und diese Interaktion von den einzelnen Tieren untereinander in Zoomania, die Stadt, die im Original Zootopia heißt und eigentlich das wesentlich besser ausdrückt, was der Film eigentlich auch sein möchte. Aber nun gut, dieses Zusammenspiel ist einfach auch total super. Und von daher feiert Lars diesen Film absolut ab. Ich werde ihn mir auf dem Wochenende auf jeden Fall angucken und werde dann nächste Woche auch nochmal meine Meinung dazu äußern können. Ein weiterer Film, der in der kommenden Woche anläuft, oder jetzt, gerade heute, tagesaktuell, so muss ich es ja sagen, ist das Tagebuch der Anne Frank. Ja, so eine Verfilmung hat man schon häufiger gesehen. Jetzt gibt es eine neue Verfilmung. Auf dem Regiestuhl saß Hans Steinbichler, sagt mir so spontan gar nichts. Mal schauen, ob der irgendwas gemacht hat, was ich kenne. Autistik Disco, das Blaue vom Himmel aus dem Jahre 2011. Winterreise aus 2006. Das Dorf des Schweigens. Und jetzt eben das Tagebuch der Anne Frank. Lea von Arken spielt die junge Anne. Und ja, letztlich muss über die Geschichte ja nicht so viel erzählt werden. Die Familie Frank wird aus dem Nazi-Deutschland quasi vertrieben, beziehungsweise möchte dort flüchten und findet eine neue Unterkunft in Amsterdam. Und auch dort marschieren die Nazis ein und die Familie Frank, ihres Zeichens Juden, versuchen irgendwo dann diesem Regime zu entgehen, indem sie in einem geheimen Verschlag, in einer geheimen Wohnung in einem Hinterhof in Amsterdam wohnten. Und die Emotionen und Geschichten, die es da gab, die wurden ja in dem Tagebuch von Anne Frank festgehalten. Und wie gesagt, es gab schon einige Verfilmungen. Diese ist jetzt wieder eine. Ich freue mich drauf. Die Anne sieht, weiß ich nicht, sieht sehr autistisch, nicht autistisch, authentisch aus. Und bereits im Trailer, wenn sie so direkt in die Kamera reinguckt, ihre Augen sagen ganz, ganz viel aus. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Auch diesen Film werde ich mir am Wochenende anschauen. Und da werde ich dann nächste Woche nochmal drüber schnacken können. Das sind auch die beiden Filme, die in dem Besuchertippspiel vorhanden sind. Nämlich Zoom-Mania und das Tagebuch der Anne Frank. Wenn ihr das hört, dann werden es schon die neuen Filme sein, die im Besuchertippspiel zur Verfügung stehen. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Let me check that for you. Ich habe da so einen Quick-Link bei mir in der Navigation, um das ganz schnell herauszufinden. Jetzt muss ich nur noch einen Autok leiten, aber das Modell riecht. Knallhart weg. Trumbo oder Trumbo. London has fallen und der Spion und sein Bruder. Alles Filme, die nächste Woche anlaufen. Und die werdet ihr jetzt schon tippen können. Ich sehe mich noch mit Zoom-Mania und das Tagebuch der Anne Frank konfrontiert. Ich glaube, das Tagebuch der Anne Frank wird knapp 122.000 Besucher ins Kino ziehen. Zoom-Mania wird richtig einschlagen. Der Film wird 487.000 Besucher am Startwochenende bekommen. Und ich halte das wirklich für realistisch. Was tatsächlich dabei herauskommt, man wird es herausfinden. Erfreulich. Ich habe in der vergangenen Woche besser getippt als Lars. Wir haben ja den Moderatoren-Wettstreit sozusagen. Letzte Woche gab es nämlich Where to Invade Next, Spotlight und der geilste Tag zu tippen. Where to Invade Next hat gerade mal 6.000 Besucher ins Kino gezogen. Spotlight, zwischenzeitlich auch Oscar ausgezeichnet als bester Film, muss man ja sagen. 36.000 und der geilste Tag, der neue Film von und mit Matthias Schweighöfer hatte 342.000 Leute ins Kino gezogen. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe besser getippt als Lars. Was so viel bedeutet wie, dass ein virtueller Euro von Lars in unser Sparschwein gesteckt werden wird. Das überlasse ich ihm, damit es ihm auch so richtig wehtut. Und ja, dann sehen wir mal nächste Woche. Nächste Woche werde ich natürlich wieder gewinnen. Selbstverständlich. Kommen wir zu einem interaktiven Part. Ich habe vor kurzem am Montag war das, euch aufgerufen, eure Audiokommentare einzuschicken. Wie ihr die Oscarnacht empfunden habt. Alles, was euch zum Thema Oscars 2016 einfällt. Vielleicht irgendwelche Kommentare. Leonardo DiCaprio hat den ersten Oscar bekommen. Und das Internet, das S, existiert immer noch. Chris Rock hat Oscars so wide zum Thema der Oscarverleihung gemacht. Selten waren die Oscars so politisch wie heute. Oder wie vor wenigen Tagen eben entsprechend. Genug Ansatzpunkte also, dass ihr diese Nerdtalk-Light-Sendung füllen könnt. Nämlich mit euren Audiokommentaren. Ich habe nach euren Audiokommentaren gebeten, dass ihr einfach einsteckt. Hey, was hat sich, was bewegt sich für euch im Bereich Oscars? Was hat euch da ganz besonders bewegt? Was hat euch weniger bewegt? Was hat euch gefallen oder nicht gefallen? Alle Audiokommentare konntet ihr reinsenden. Und ja, hören wir doch gleich mal den ersten rein. Absolute Leere. Leute, ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Kein einziger Audiokommentar ist reingekommen. Ihr seid auch echt alle faule Säcke, ey. Das ist doch unfassbar. Da gönnt man euch mal richtig viel Sendezeit. Ihr hättet euch ahlen können. Und keiner macht's. Nun gut, dann halt nicht. Dafür habe ich jetzt quasi mir Grillen gekauft und abgetont und werde jetzt meiner Schlange zum Fressen geben. Und die Schlange werde ich dann die Toilette runterspülen, sodass dann daraus ein riesiges Nessitier wird. Und dann ganz Hannover von unten quasi infiltriert wird, bis dann quasi die Echse aus der Kanalisation bricht und dann ganz Deutschland verwüstet. Und wenn Deutschland dann auch die gesamte Welt. Und soll ich euch sagen, wer daran schuld ist? Du. Genau du. Du hättest einen Audiokommentar schicken können. Genau du. Aber nein. Wollt ja kein Audiokommentar schicken. Tja, das hast du davon. Wenn Hannover in den nächsten zwei Tagen untergeht, weiß ich, wer schuld ist. Und alles nur ausgelöst durch den Kauf von zwei kleinen Grillen. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ja. Schlechtes Gewissen? Ja? Machen Sie recht. Vollkommen. Vollkommen. Naja, wenn ihr irgendwo keine Meinung machen wollt, dann hau. Wo ich noch ein bisschen was zu den Oscars raus. Ich fand die Verleihung wirklich sehr gut. Sie hat Spaß gemacht. Tatsächlich, Leonardo DiCaprio hat seinen ersten Oscar bekommen. War aber auch tatsächlich vorauszusehen. Beim Oscar-Tippspiel habe ich Spotlight als besten Film getippt. Und hatte damit recht. Was mich sehr freut. Weil The Revenant war nicht bester Film. Wirklich nicht. Leonardo DiCaprio hat den Oscar auch nur bekommen, weil er quasi das stärkste Glied in der Kette war. Was aber nicht bedeutet, dass ich seine Leistung, seine schauspielerische Leistung wirklich als Oscar-würdig oder sogar Oscar-auszeichnungswürdig empfand. Aber letztlich war die Konkurrenz auch nicht so stark, als dass man hätte sagen können, okay, da wäre noch etwas Stärkeres gewesen. Von daher ist genehm. Ist alles okay. Es kamen auch viele politische Statements bei her rum. Fand ich auch sehr gut. Teilweise mutete er es schon ein bisschen aufgesetzt an. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch eine Plattform, wo man dann auch wirklich dann mal ein Gehör findet. Weil man weiß, es gucken Millionen Leute rund um die Welt zu. Und da sitzt halt eben auch die Elite der Filmwelt. Und damit erreicht man ein Publikum, was man womöglich so nicht so häufig erreicht. Und von daher finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlicht, dass dann dort ein paar Statements geäußert wurden. Und Chris Rock hat sich natürlich, hat natürlich Oscar so weit komplett auf die Schippe genommen. Was ich sehr, sehr cool fand. Tat schon fast weh. Und ich habe die Oscars ja nicht alleine geguckt. Das haben wir eine Runde gemacht. Und da hieß es dann auch schon, Mensch, wird eigentlich der Text vorher Korrektur gelesen? Wird der, oder haut der das gerade frei raus? Weil zeitweise wird tatsächlich uns nicht ganz sicher, wann, ob das so frei gesendet werden sollte. Aber es ist gesendet und es hat Spaß gemacht. Das Oscar-Tippspiel hat auch sehr viel Spaß gemacht auf Nerdtalk. Ich habe neun richtige Tipps. Es gab aber viele, die schlechter getippt haben, wesentlich schlechter. Es gab aber viele, die besser getippt haben. Ich liege ziemlich gut im Durchschnitt. 9,89 richtige Tipps gab es im Durchschnitt über das gesamte Besuchertippspiel. Quatsch über das gesamte Oscar-Tippspiel. Sehr erfreulich. Wirklich sehr erfreulich. 400, über 400 Teilnehmer haben wir dieses Mal im Oscar-Tippspiel gehabt. Das ist absoluter Rekord. Vielen Dank. Das ist absoluter Rekord. Wir hätten selber nicht damit gerechnet. Die letzten Jahre waren wir froh, an solche Zahlen denken zu können. Jetzt sind wir weit über diese hinaus. Es ist wirklich ganz, ganz geil. Wir haben uns unfassbar gefreut. Wenn ihr das hört, dann gibt es ja auch schon einen Artikel auf Nerdtalk mit vielen, vielen weiteren Statistiken. Ich lade euch gerne mal ein. Schaut euch das mal an. Statistiken, was gut getippt wurde, was weniger gut getippt wurde, welche Filme besonders zielgerichtet getippt wurden. und wo ihr, die Community quasi, sich ziemlich unsicher war. Einfach mal reinhören. Ansonsten gibt es auch schon einen neuen Artikel, wo der Millennium-Falken, den wir für die Oscars verlost haben, auch verlost wurde und die 10 DVDs auch schon verlost wurden. Schaut gerne drauf. Und wenn ihr unter den Gewinnern seid, schickt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel.nertalk.de mit eurer Postadresse. Und dann gehen die Gewinne auch schon raus. Das war es aber auch schon. Ich habe in der vergangenen Woche natürlich wieder Filme gesehen, aber so ganz allein im Monolog ist es auch wieder irgendwie blöd. Von daher freue ich mich darauf, dass ich nächste Woche mit Lars über Soomania und das Tagebuch der Arne Frank sprechen kann. Und wünsche euch natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß, geht viel ins Kino. Und das Wichtigste, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Musik Musik Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Kombo, die heute Kopf hoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com Musik 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 Vielen Dank.